Ach so. Mh. Mach ich nur bei ihm. Aber ich darf noch mal werfen, sonst bin ich gleich wieder im Knast. Zehn. Drei, drei. Ach. Dann krieg ich zwanzig. Naja, dann darfst du wechseln. Naja, es geht. Meimung. Zwanzig. Und Zehn. Hm. So. Drei. Drei. N-Wort's dann? Werden ihn dicken. Ist das? Ja. Kostet's sechs. Ähm. Oh, ich muss ihn wegpacken, eigentlich. Was kriegst du? Wer kriegt was? Wer ist da drauf? Warte, 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 warte. Hast du das nicht gekauft? Nee. Achso, dann kaufe ich das für 180. Echt noch viele Straßen da, ne? So, jetzt, so. Könnte ich nochmal befinden, oder? Ja, da bin ich auch, ja. Oh, ja. Was ist denn das für eine Gefängniskarte da unten auf dem Boden? Hä? Jetzt schmeißt du meine Gefängniskarte ewig rum und hin und der, ey. Das gibt es doch nicht. Wie es dir einfach nicht aufgefallen ist. Ich hatte die ganze Zeit auf der Hand. Das kriegst du nochmal 20. Was hattest du? Das gibt es doch nicht. Achso, hast du schon bezahlt? Du, du, du hast mir jetzt mal sehr zugeschoben. So, hat das schon wer? Hier, glaub ich, nee. 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 Na, dann kaufe ich den. So, dann bist du. Und zack. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja. Warte. So. Ja, na klar. Ja, was. Äh, vier. Ja, wo bin ich denn da? Ups. Eins, zwei, drei, vier. Hat das hier wer? Ja, Geld, ja. Ja. Waaah? Vier warst du ja ein 16 von dir. Wie viel? 16. 16? Dann kannst du mir ein 4 zurückgehen, geht das? Oder gib mir ein 5, weil ich geb dir ein 1er. Jawollo. Und dann mach ich nochmal wegen Pasch. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann krieg ich nochmal 16. Natürlich. Hier kriegst du deinen 5er schonmal wieder. Den und ich krieg einen 10er von dir. Ah, guck mal. Der guckt richtig gleich hin, du. Gut. Schauen wir mal, ob wir eigentlich was für Nüpfels hier kriegen. Oh. 10. Das wär schon wieder perfekt gewesen zum Essen bestellen heute, ey. Kacke. Hä? Ah, nee, warte, die danach, ne? Hm. Sorry. The Fry Dutchman, ne? Hat doch keiner, ne? The Fry Dutch Girl. 360, den hätt ich gerne nochmal. Gibt's denn hier auch Happy Donut oder so? Weil der Haupt-Donut-Shop ist ja nicht geben, ne? Hm. 50, 60. Vielen Dank. Und dann ist Chris. Das war ein Dreimal, warte, warte, war ein Dreimal. Ja. Ja. Kannst du mit Dreimal, ja? Komm. KP. Ja, laut. Ja, kann man so machen, aber laut Dings. Eigentlich nicht. Ne? Okay. So einmal pro Runde halt probieren. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Warte, warte, warte. Hat doch gerade erst gekauft, der Hund, ey. Wo bist du denn gelandet? 22. Im Holländer. Wollte ich gerade aus der Bank nehmen. Jetzt ein Fuffi und zwei Einer. Ich kann dir nicht mal 30 geben. Äh, wat? Ja, warte, dann wechsle ich das. Achso, hier, den hast du schon mal auf Tasche und den? Bitte leg dich da hin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, �ess. Wat haben wir denn? Ah, community chess, you are arrested for the track repair. ja auf den land kann man nicht lesen was zieht ihr auch verdeckt muss so recht nein hey wo ist die denn hier zu wieder hallo das gibt es doch nicht meine karte ist doch keine nutte kann ich nicht irgendwo sperren hier was ist denn jetzt hier los da ist auf jeden fall noch ein huni von mir nein nicht auf dem boden wo ist jetzt mein huni das machen wir jetzt mit einmal oder dreimal würfeln 15 mal mir egal mit einmal 8 und 8 also 16 aber erstmal bezahlst du an die zelle dort ist noch offen das ist noch offen 181 auch ja die nachricht der spiritgruppe ist auch was relevantes dabei ja 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 1 2 3 Oh, bis ich da immer erst mal bin, ey. Nein, obwohl jetzt kann ich endlich meine Karte einlösen. Kann ich die einlösen und jetzt gehen bleiben oder muss ich da hin und die einlösen? Ich glaube, ich muss hin und bei der nächsten Runde einlösen, ne? Genau. Kannst du die auch so, oder? Nee, versuchen zu wirken, kannst du, glaube ich, freundlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mann! Wollen wir das doch so machen, dass wir die in die Mitte legen? Ach, wegen Freipark oder was? Ja. Also, mir ist das egal, weil letztes Mal ja dann auch irgendwann so gemacht, ne? Äh, ich bin... Ja, Freipark ist einfach gar nichts. Nee, Freipark ist einfach gar nichts. Äh, das kippt. Oh, Leertaste, das ist ja echt ne praktische Taste. Oh, wie viel kriegst du? Ach, geht dir egal, welche Position du bist, wieder da rein? Da geht immer wieder ne Standardposition, ja. Oh ja, die ist echt nicht schlecht. Was ist denn da los? Zack, geklaut. Das noch? Was? Hat jemand das schon? Nee. Ne? Ne? 120, für die Kurven. Hm. Kurven, Kurven, für die Kurven. Die Old Off-Ramp-In. Okay. Das ist fertig. Ja, 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 mach Zehn Ach ja, ich brauch Oh, jetzt hab ich gewürfelt, kann ich die Karte hier behalten? Ja, dann setzt die Zehn Ach Gottchen Ja, warte, setz erstmal die Zehn Ach so, die kann man denn noch setzen? Erstmal setzen Ja, darum hab ich das auch gesagt Ich dachte eigentlich auch, ne, erst ein Paschwürfel und dann jetzt richtig Ah, okay, sorry, ja, ja Ist richtig Oha 6 6 Äh, Neusland Video Arcade, das hab ich doch Äh, ne 14 Nein Ja doch Ja doch, ein 20 kann ich dir bieten Ich hab nicht so viel Kleingeld, du sollst mir damit So 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 Da Ah, na 1 kann ich an den Würfel lassen 6 7 Äh, ist fast schlimmer Puff Äh, muss ich echt wechseln Hier hast du einen da, fahrende mich Dankeschön Ja 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 Das gelb wie im blau tauschen Was Äh Äh Weiß nicht Ich glaub erstmal kriegst du was, oder? Mhm Kann, kann sein, ja Ich glaub 22 war das ja Kannst du wechseln So So Ich sag für heute gute Nacht bis die Tage, wie Marc war auch da, das wusste ich gar nicht Ja Ja Schön, dass du da warst, machs gut Ist total Ja Warte Kannst du mich gleich daran erinnern, dass du hallo gesagt hast, Marc Achso Ähm Herr Herr KP Wollen sie denn jetzt auch handeln, oder? Nö, 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 noch nicht Nö? Nö, nö Weil ich hätte jetzt so zwei Karten für sie im Angebot Ja, Moment Ich Also so eine pink und rote Ja, Moment, ich luke mal Äh, äh, Flo Bitte Natürlich hat Marc vorhin hallo gesagt, er hat auch Hello again reingeknallt Achso, das Hello again war, genau, ja Deine Auffassung heute ist ja Höchstleistung Jawoll, jawoll Ja Jawoll, war netter Äh, ja, ich würde dir tatsächlich den Bahnhof geben, Amy Ja Für die Pinke Nein Und 60 Euro kriege ich von dir Dann passt das nicht noch Oh, aber echt Hä Gib dir nicht den Bahnhof Na gut Ja Oh, verdammt Oh, verdammt Das sind 60 Und 60 In kleinen, unnummerierten Feind Jetzt gibst du ihr den Bahnhof und du hast ja nicht mehr die Straße dann voll Ja Mach doch sowas nicht Ah, okay Marc Alles gut Äh 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 Die Hauptsache, die war netter, ist auch schon wieder da ist Wer ist denn dran? Die, 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 die ist immer im Hintergrund, ey Gibt's doch nicht Wer, was, wo? Äh, ich hatte die zwölf gerade, oder? Ja Mit hier nochmal Okay Ja Ja Vier Vier Wie, die anderen beiden haben gerade getauscht, obwohl keine von den beiden dran war, das geht aber nicht Ja Äh, beide an Jeden Spieler von 100 Strafezahlen 500 Ja Genau Äh, hat die schon wieder gehört? Nee Jaha Äh, 26 Oh Gott, oh Gott Für ein paar schicke Bier Das ist aber preiswert Da liegt auch noch einen Dollar Was meckerst du? Ich bin halt schüchtern Ja, genau dazu Bei 26? Riecht doch nur ein paar Oder schüchtern im Milch War dir zwei Dollar gegeben? Weiß ich nicht, bin immer wieder Dollar ist nicht so wichtig Na, whatever Was hattest du damit? Achso, Aim ich so Sorry Ein 44 hätt ich gern verlieren Wechseln Äh, nenn, jetzt wechseln Oh Nee Mach das echt so ein Geräusch, wenn man da Geld gegen den Dicks führst? Ja Okay Komm, rein Komm, rein Ey, so einen Tisch brauche ich echt auch Wenn man das runterfällt, dann schwebt es auch wieder über den Tisch Hm, 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 hm Hm Hallo Ey Sonst tut euch nicht rein Lass den doch mal spielen, da ist die sich dran Ja, genau So Ne 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eine Chance Was ist denn da für eine Chance? Oh, bis ich mich da immer hingedreht habe Take general repairs for your property for everyone, where I stopped, okay Na, kein Weg Äh, kann die mal einhalten? Kannst du eigentlich auch andere? Kannst du, genau, danke Wieso bist du dich da hingedreht hast? Mit rechts geht das doch mega schnell Ja Ja, und dann reinzoomen Theoretisch Ich hab doch Brille auf, kann trotzdem nicht gucken Aha, ich bin dann das Schriftgele nicht gut zu wissen Sorry Natürlich fettarm Hä, er darf doch nochmal, er hat einen Pasch Er hat einen 6er Pasch Ja, genau Nochmal eine 6, das gibt es noch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hat den schon wer? Nee, immer noch nicht Nee, den will ich dir noch nicht Ja Ja, dann bin ich dann Nehmen wir mal die Würfels Na komm 4, 1, 2, 3, 4, verdammt Das ist nicht so doppelt 12, 13 Ja, 16 Sech? Der letzte ist immer teurer Ah, stimmt Äh Ja, warte, ich tausche mal schnell Und dann würde ich gerne noch bauen Pfff Äh Äh 3, 4, 5, 5 Uuuuuh, hier gibt es Drache Uuuuuh Erstmal nur ein Oh, Eggi, vielen, vielen lieben Dank für deine 100 Bittis Oh, ein, 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 ein Herz Oh, mit einem Unicorn Äh Ja Vielen Dank Und zwar, ja, oder? Ich glaub da Dann haben es jetzt die meisten drauf Okay Das Ja Ja Ja